kannst aber auch nebenbei noch andere sachen machen das ist jetzt so ein ja weiß ich nicht ob das jetzt wirklich open world ist dragon age habe ich nie so wirklich gezockt habe ich nur angezockt und das war's also wenn du die wenn du die main quest durch hast dann kannst du auch in open world manier halt in dungeons reingehen und so weiter ich finde das unschön dass du mir mein ganz klaus sehr schön und nun jetzt machen kong kong meister schüler tiere wenn ich jetzt wahrscheinlich zum reiten oder so nein noch nicht ich weiß nicht ob sich das vielleicht ändern wird kann ich dir noch aktuell noch nicht sagen in dem cinematic trailer habe ich mal gesehen wie man auch darauf auf viechern geritten ist auf den china server und so weiter habe ich das allerdings bis jetzt noch nicht gesehen und von daher kann ich dir da gar keine adriquate aussage zu geben nein flugtiere wird es wahrscheinlich auch nicht geh oder gibt es auch noch nicht weiß auch nicht ob das überhaupt in irgendeiner art und weise reinkommen würde weil du hast halt so einen hübschen effekt beim wind wandeln den wird es ja im endeffekt komplett nutzlos machen monster tiere ja natürlich flugtiere gibt es dann natürlich nicht weil du kannst ja im in der luft halt nicht kämpfen aber hier zum beispiel ein bergwetter und haben wir noch warte ja da vorne sieht man dino hier und der exe warte ja nope battle kampf Was heißt Battle? Was meinst du damit? Ich soll kämpfen oder was meintest du jetzt? So, den wiederbelebt. Nächster Stein. Noch ein bewusstloser. Steh, steh auf. So, die Quest ist schon mal durch. Zack, konnte wieder tot. Na, da ist mal ein Stein. Noch ein bewusstloser. Wie viel muss ich denn davon eigentlich noch holen? Einen noch. Einen noch. Ja. So, was brauche ich noch? Zwei Drescher töten, okay. Okay. So. Ähm. Was muss ich da vorne eigentlich machen? Sehe einen blauen Pfeil, aber... Ah, ne Leiche aufheben. So. So. So, nochmal ne Daily. Sagt, wenn ihr Punkte seht. Punkte? Ach so. Okay, jetzt habe ich die noch wahrscheinlich. So. Nächste Runde ist... Ach, scheiß doch auf Daily Quest. Ich bin schon auf nem Teamspeak. Da kann man mit mir auch quatschen. Und zwar gehört dieser Teamspeak. Einen Augenblick. Mal ein bisschen Werbung machen hier. Das ist die TSIP. So. Yoma. Ihr seid alle herzlich zu eingeladen. Amen. 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 Amen.